In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der Anwendung Sketches School Bilder abpausen und beschriften können. Dazu öffnen wir zunächst die Anwendung Sketches School, die Sie auf Ihren Dienstgeräte-iPads auch im Hub herunterladen können. Als nächstes müssen wir ein neues Skizzenbuch anlegen. Wischen Sie dazu mit dem Finger nach rechts und tippen anschließend auf das Plus. Öffnen Sie nun das neu erstellte Skizzenbuch. Tippen Sie erneut, um ein neues Dokument anzulegen. Wir müssen nun ein Referenzbild hinzufügen. Tippen Sie dazu auf die drei Punkte oben in der Leiste. Tippen Sie anschließend auf das Rechteck mit dem Pfeil nach unten, um eine Datei zu importieren. Sie können entweder mit der Kamera direkt ein Foto aufnehmen, ein bereits vorhandenes Bild aus der Foto-App einfügen oder ein heruntergeladenes Bild aus den Dateien auswählen. In diesem Fall wird ein bestehendes Foto aus der Foto-App ausgewählt. Das Foto kann nun vergrößert und verkleinert werden, indem Sie mit zwei Fingern das Bild kleiner oder größer schieben. Im Anschluss können Sie noch eine Transparenz einstellen, damit es Ihnen beim Nachzeichnen etwas leichter fällt. Wenn Sie mit der Transparenz zufrieden sind, bestätigen Sie dies mit einem Klick auf einen Haken. Wählen Sie nun ein passendes Stiftwerkzeug aus. Sie können an der linken Seite das Werkzeug Ihrer Wahl auswählen. Die Stiftdicke passen Sie auf der rechten Seite an. Die Farbe können Sie bestimmen, indem Sie auf das Feld unten rechts tippen. Ihnen stehen einige vorausgewählte Farben zur Verfügung. Wenn Sie eine individuelle Farbe wählen wollen, können Sie auch Ihren Finger unten rechts in der Ecke auf das Display legen. Es öffnet sich nun ein Farbmenü, in dem Sie auch ganz spezifische Farben über einen sogenannten Farbcode einstellen können. Überlegen Sie sich nun, welche Details Sie nachzeichnen wollen und was für Ihr Projekt wichtig ist. Beginnen Sie dann im Anschluss mit dem Zeichnen. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind, können Sie das Referenzbild im Anschluss ausblenden lassen. Tippen Sie dazu oben rechts auf das Auge. Das Originalbild verschwindet. Sie haben jetzt nur noch Ihre Zeichen. Diese Zeichnung können Sie im Anschluss exportieren. Tippen Sie dazu wieder auf die drei Punkte an der Werkzeugleiste oben. Tippen Sie nun das Rechteck mit dem Pfeil nach oben. Hier können Sie die Dateien exportieren. Entscheiden Sie hier, ob Sie das Bild in einem Album speichern möchten. Die Datei wird dann in der Foto-App abgelegt. Oder entscheiden Sie sich für in Dateien sichern, um die Datei in einem spezifischen Ordner abzulegen. In diesem Fall wählen wir die Option Bilder im Album speichern aus. Die Datei befindet sich nun in der Fotos-App. Die Datei wird dann für die Datei verbunden, die Datei verbunden werden. Untertitelung des ZDF, 2020